Eine Aussage von dem Manager Horst Held. Jurek Rohrberg hat ihn bekommen ans Mikro. Ein Austausch, den sich unser Reporter früher gewünscht hätte, aber Horst Held, der mag eben keine nächtlichen WhatsApp-Nachrichten. Horst Held, Sie waren schwer zu erreichen, haben sich so ein bisschen abgeschottet, was die Trainerfrage betrifft. Wie sieht es nun aus? Darf André Breitenreiter weitermachen? Ist er der richtige Mann? Kommen Sie mit ihm gemeinsam aus dieser schwierigen Lage heraus? Naja, es tut mir leid, haben Sie mich versucht anzurufen? Oh ja, sehr intensiv. Da muss ich, ich glaube, Sie haben auch noch bis spät in die Nacht meine SMS geschrieben, kann das sein? Nein, SMS war ich nicht, aber WhatsApp, ja. Schämen Sie sich nicht, so spät noch meine WhatsApp zu schreiben? Wir sind ja nachtaktive Menschen. Was sagen Sie? Ich bin bestimmt nicht nachtaktiv, aber egal, jetzt habe ich viel geredet ohne Inhalt, um das zu beantworten. André Breitenreiter wird am Samstag auf der Bank sitzen. Vielen Dank.